Oh shit, ich hab nur paar Stunden zu leben, paar Sekunden zum reden, denn ich muss meine Runden drehen, also geh ich zu der Kirchenohrendreh an dem Zeiger, so dass die 24 Stunden blitzschnell vorbei waren. Nein Spaß, ich kauf mir erstmal alle Drogen, die es gibt, voll Zimitonen, ziehe Koks und Spritzen, Hoden, Heroin, bis ich dann sowas von drauf bin, dass ich mit Popo klatschen, Anlauf aus meinem Fenster rauspringe. Ich häng am selbstgemachten Bungee-Seilein, weil in meinem Leben wollte ich wirklich Anti-Alles sein und deshalb erklär ich mich zum dauerhaften Frauenhasser, Leute denken sie durchschauen, mein Raster, nein, Homies, ich mache noch weiter auf Kavalier, ich will in 24 Stunden mehr als alle masturbieren, ich laufe amok durch die Stadt, schlage Menschen Köpfe ab und bin der erste Junge, der sich ohne Haare Zöpfe macht. Ja und ich knalle deine Frau und alle, weil ich sauf alles, was der Laden verkauft, denn ich will in 24 Stunden nochmal so besoffen sein, dass ich in meinem Rausch denke, dass mir noch ne Woche bleibt. Ja, das würde ich machen, wenn ich nur noch 24 Stunden zu leben hätte, aber ich frag mich eins, AJ, was würdest du eigentlich machen, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest? Ich würde heftigen Streit, beginn mit Russen in Lederjacken, ein Heiratsantrag, ne polnische Nutte in Vegas machen, Überfall, PK bewaffne für nen 99er Polizei, sag stopp! Ich ess einfach weiter, plane Einzug weiter ins überteuerte Penthouse, scheiß in einmal, werf sie aufs überteuerte Penthouse, Penn aus, stehe morgens auf, Frühstück in der Kirche, bevor ich mir ne Orgel kaufe, raube ne Bank aus, zähle Scheine, werf sie ins Meer, machen Track mit Samson, Ernie und Bert sprühe, Diabetiker mit Zuckersahne an, lach sie aus Tünne mit Absicht, Marios Haare an, whoops! I did it again, ich werde Bad Boy und gründe mit dir, die ne Bank, bin Hirn verbrannt, ich leide unter B, C, doch freiwillig bis zu den letzten Zeichen auf M.E.K.G. Also, hast du Internet? Ja. Dann, kannst du kurz was aufschreiben? Nein. Wieso nicht? Dafür bin ich jetzt zu faul. Wie bitte? Dafür bin ich jetzt zu faul. Ach, mit zwölf sind die Knochen doch noch ganz intakt, also. Es sei denn, man hat Angina. Weil Angina ist auch heftiger als Bronchitis. Kann das sein, dass du das hast und deswegen irgendwie so Psycho bist oder so? Manchmal. Was heißt Psycho? Kommst mir so vor, als wärst du eben gegen einen Baum gelaufen. Oh Gott. Ey, du bist ja gar nicht nett zu mir. Achso. Nichts. Okay. Und du bist ja gar nicht gut. Was ist hier gar nicht? outrageous ist haben. Okay? Äation! Ich bin ein Mann, wenn sie mir situación richtig drincontrasten haben…